Ist meine Hand eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die Deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm, als ob sie mein Sechstant und Kompass wären. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern, hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Puschen, euer Kommentar zum Trainingslager. Nur Morgensport macht richtig hart. So ist es. Es ist 7.20 Uhr, Laufgruppe 2 beim morgendlichen Lauf. Hier meine Gruppe. Es ist Traumkulisse. Wir laufen da zwischen dem Wald und dem Feld. Aufpassen, der Boden ist ein bisschen holprig. Vicky, wir wünschen uns von dir einen guten Morgen. Guten Morgen. Ja gut, sind wir heute schön geübt. Wir laufen weiter. Laufgruppe 3, was habt ihr jetzt gemacht? Wir waren heute bei einem Fluss und sind dort herumgewartet. Ungewartet, da kommen die Verfolger. Jakob und David, wie geht's euch? Alles fit? Brauchen die anderen noch ein bisschen? Nein, die kommen runter. Da kommt schon der Großteil. Jawohl, Laufgruppe 3, sehr gut. Da kommt auch die Chefin, die Sophie von der Laufgruppe 3. Da hinten geht ein Ohr. Jawohl, die drohen da alle schön ein. Sophie, wie war deine Gruppe? Ich bin da. Ist noch nicht ganz da? Aber ich glaube, die sind schon brav gelaufen da, oder? Laufgruppe 1, die zwei Führerinnen sind gerade angekommen. Man hört sie noch keuchen. Euer Kommentar zum Morgensport. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. War nicht so schlimm. War nicht so schlimm, denke ich mir. Jetzt ist ein bisschen eine weitere Runde noch gelaufen mit der Gruppe 1, oder? Ja, aber die anderen sind natürlich auch noch zu bald. Wo ist der Rest? Habt ihr den so verblasen, oder? Ja, aber ich hätte gesagt, das sind vorgelaufen. Jawohl, da sind sie. Laufgruppe 1 kommt auch ins Ziel. Jetzt hätte ich noch eine Frage, warum sind die zwei Laufgruppe 1 Plus? Ja, sie werden die Hasen fangen wollen. Den Rest werden die Beute aufgeladen. Okay, Gruppenleiter trotzdem zufrieden? Ja, mit den ersten beiden auf jeden Fall. Die anderen werden wir auch dorthin kriegen. Na dann, Anweisung zum Frühstück? Frühstück! 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 In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals heilt sich Jung und Peter im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Jetzt befreit die Abkunft! Sehr gut, ich zeige uns das Ganze. Komm, 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 komm. Seht! Super! So, Nico, jetzt verpassen wir da den optimalen Gangster-Look. So, da. Da, so. Das Gesicht da hinein. Wenn es ein bisschen Gangster sind, dann Gangster sind böse. Warte, warte, warte. Das ist die Straße. Ich komme gerade zurück vom Weißensee. Die Mädels sind ein bisschen müde. NOSA! NOSA! Así vos se mata! Ay, se cho pego! Ay, ay, se cho pego! Felicia! Felicia! Así vos se mata! Ay, se cho pego! Ay, ay, se cho pego! Hey, ay, se cho pego! Applaus, Applaus Für deine Worte Mein Herz geht auf Wenn du lachst Applaus, Applaus Für deine Art mich zu begeistern Hör niemals damit auf Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf So, Wanderung, wir haben gerade die öden Hütte überwunden und jetzt geht es am Gipfel, man sieht ihn nicht, aber da hinauf geht es Das ist der Michi, der hat schon Fotos gemacht Da oben sind Nico und Fabio Bei mir die Verfolgercrew, das Hauptfeld sozusagen Das Peloton und da hinten die Verfolger Ich bin schon richtig K.O. Gut, wir werden uns die Wanderung mit einem Liedchen versüßen Auf geht's Welche Mannschaft ist das hier? Ski-Hai-Do, das sind wir Judo ist ein toller Sport Wir trainieren immer fort Wir trainieren immer fort Wandern, das ist richtig doof Wandern, das ist richtig doof Darum geht es ganz schnell rauf Darum geht es ganz schnell rauf Die Sophie wandert hinterher Die Sophie wandert hinterher Langsam gehen, das ist schwer Langsam gehen, das ist schwer Ziege, zacke, ziege, zacke Hoi, hoi, hoi Ziege, zacke, ziege, zacke Hoi, hoi, hoi Ein Stacheldraht Wir melden uns für los Wie ist das Wasser? Ja! 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 Party bus! Party bus! Party bus! Mittagspause im Judo-Camp. Man sieht, die Kinder sind alle völlig erledigt vom Training. Die schlafen alle. Die Trainer sind natürlich bestens erholt. Alle komplett fertig. Alle schlafen. Okay, ich habe die Kamera abgedreht. Noah, dein Kommentar zum Trainingslager? Das Essen war herrlich. Und Benjamin, wie hat dir das Trainingslager gefallen? Ja, praktisch. Was war das Schönste? Das Wandern. Das Wandern. Und Ralf, was hat dir am besten gefallen? Jetzt! Das Baden, das denke ich mal. Und Marvin, dein Kommentar zum Trainingslager? Das war er dann. Da werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen. Viel Spaß noch, Bursche! Ich würde sagen, einfach super! Konserviert und archiviert, ich habe es gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich es leicht habe. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. Applaus, Applaus für deine Worte. Mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf.